Am Freitag kann man sich landesweit auf bis zu 14 Sonnenstunden freuen. Dazu wird es nochmals deutlich wärmer, regional wird sogar schon die 30 Grad Marke erreicht. Nur im Süden Bayerns und an den Küsten ist es nicht ganz so warm. Nachmittags sind in den Alpen aber erneut einzelne Hitzegewitter unterwegs. Auch der Samstag wird verbreitet, sonnig und heiß mit 26 bis örtlich 32 Grad. Nur auf den Inseln und in den Hochlagen der Mittelgebirge wird es nicht ganz so warm. Nachmittags bilden sich bevorzugt über den Bergen Quellwolken, die sich vereinzelt wieder zu Hitzegewittern entwickeln können. Von Sonntag bis Dienstag bleibt es sonnig und mit Werten um oder knapp über 30 Grad weiterhin sehr warm. Es sickert jedoch allmählich etwas feuchtere Luft ein und jeweils in der zweiten Tageshälfte nimmt die Neigung zu Wärmegewittern zu. Auch die Nächte werden deutlich wärmer als zuletzt. In Ballungsgebieten sinken die Tiefstwerte kaum noch unter 20 Grad ab.